Hallo Leser von Gitarre und Bass, wir sind hier in Berlin in einem kleinen Studio. Ich sage euch jetzt nicht, von wem das Studio ist, aber ich sage euch, wer zu meiner Linken sitzt, nämlich Stefan Kühn. Und Stefan, wir sind hier, weil ihr ein neues Gerät vom Rammstein-Gitarristen Paul Landers präsentiert, das FlyRig PL1 von TEC21. Und fass mal bitte in so ein, zwei, drei Sätzen zusammen, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist. Paul ist ja schon seit vielen, vielen Jahren TEC21-User. Er hat erst den PSA1 genommen, das ist diese 19-Zoll-Variante. Danach den GD2, viele Jahre. Das heißt, er war schon damit praktisch fast verheiratet mit dem Sense-Amp-Sound. Der ist auch ein wesentlicher Teil des Rammstein-Sounds. Gerade in Verbindung mit dem Röhren von Richard Krusper ist das eine gute Einheit, ein guter Mix, was den sehr einzigartigen Rammstein-Gitarren-Sound letztendlich ausmacht. Er hatte dann mal eine kurze Phase, wo er dann halt eine digitale Emulation mal, ich glaube, auf einer Tour gespielt hat. Aber dann ist er doch mal wieder auf den GT2 zurückgekommen und fand das unglaublich toll. Und ich hatte ihm schon vor vielen Jahren eigentlich schon angeboten, lass uns doch mal ein Signature-Teil zusammenbauen. Weil wir waren immer in Kontakt, auch über Richard mit ESP-Gitarren und so. Haben wir uns immer mal wieder getroffen. Und er hatte mal gesagt, nein, ich bin glücklich mit dem GT2, passt alles schon für mich. Und irgendwann mal rief er mich dann an und sagte, ach, weißt du was, jetzt bin ich soweit. Jetzt, wenn du Lust hast, dann lass uns an einem Signature-Sense-Amp arbeiten. Das Witz hier war, er hat auch gleich hinterher geschoben, aber das wird kein rot lackierter GT2. Wir wollen wirklich dann von Null anfangen. Das war die Ansage. Es hat mich keine Minute gekostet, da die Leute von Tech21 in New York zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist. Ja, und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Nun gelten die Rammstein-Musiker ja durchaus als Perfektionisten und detailverliebt. Kannst du mal sagen, du sozusagen als der Vermittler zwischen Tech21 und Paul, wurdest du so ein bisschen hin und her gerieben zwischen dem, was technisch machbar ist und dem, was sich Paul dann auch als Ziel gesetzt hat? Ja, aber in einem positiven Weg in dem Fall, weil auch wir, sowohl Tech21 als auch ich als der Vermittler, wir haben schon viel dazugelernt alle. Also es ist immer sehr interessant, so einen Input zu bekommen von Paul, der, klar, wenn man natürlich sagt, wir bauen dir jetzt, was du möchtest, dann macht er die ganz große Kiste auf und holt alles raus, was geht. Man versucht natürlich dann auch wirklich alles reinzubekommen und das ist auch so, die Gespräche dann mit Tech21 gelaufen, mit Andrew Barter, der das Ding letztendlich dann technisch umgesetzt hat, dass da immer eine sehr hohe Bereitschaft war, das, was Paul und ich uns hier im Studio ausgedacht haben, Pauls Ideen wirklich umzusetzen. Und wenn es wirklich nicht ging, also das Limit war im Grunde genommen der Platz. Bei so einem kleinen Teil wie einem Flyrick kann man nicht unendlich viel reinstopfen und das war eigentlich das einzige Limit, das wir hatten. Und da kam es dann hier und da schon mal vor, dass wir gesagt haben, sorry, kriegen wir nicht mehr rein. Okay. So sieht das Teil aus. Es kommt im Oktober auf den Markt, ist das richtig? Und die ganze Geschichte mit Stefan und auch mit Paul, der auch sich zu dem Gerät geäußert hat, lest ihr im nächsten Gitarre und Bass. Bis dann. Ciao.